also ich habe nicht mehr das messer in der hand das liegt im boden. servus. schön dass ihr eingeschaltet habt. ich möchte euch heute mal in einem relativ fixen video kurz das neue messer von wolfgangs vorstellen. das w1. bleibt dran. so das w1 wolfgangs messer. schönes einsteiger buschkraftmesser würde ich mal sagen. da ist jetzt kein feuerstahl dabei und nichts. es ist eben nur diese kunststoffscheide. und mit dem clip hier für den gürtel. unten ist noch ein loch, dass das wasser ablaufen kann. der griff vom messer selber ist schön gummiert. also sehr griffig. sehr angenehm. hält sich super top. und ja das ganze messer ist durchgehend hier verarbeitet. also das ist wirklich stabil. das geht auch nicht so schnell kaputt. das heißt also für spaltarbeiten zu holzarbeiten und so weiter optimal. hier ist so eine einfräsung. hier ist nochmal für den daumen ein bisschen so geriffelt. damit man nicht wegrutscht. also würde ich mal so machen. ja das ist auch schön scharfkantig. scharfkantig deswegen wichtig. damit man eben feuerstahl zünden kann. das testen jetzt dann auch gleich. die scheide selber. ja okay. geht. fällt jetzt nicht raus so auf anhieb. wackelt auch nicht großartig. eigentlich so gut wie gar nicht. ist aber jetzt doch kein vergleich zu meinem ambulo mit der kydex scheide. ist natürlich wesentlich robuster. wesentlich stabiler. und ja ist halt geschmackssache. aber es ist ein tolles einsteiger messer. kostet natürlich auch die hälfte. wie ich gerade gesehen habe ist ausverkauft momentan. so. zu der klinge kurz. oder zum messer selber. das ist halt die light version. und das ist eben die bushcraft version. man sieht. ziemlich identisch. oder fast identisch. die geschichte hier mit dem daumen. die ist bei dem bei dem messer hier. ist ein bisschen abgerundet. da ist es ein bisschen gerade. so. aber ansonsten. die klinge ist 11,5 cm lang. und das ist 44 c stahl. wirklich prima. so. jetzt schauen wir mal wie gut dass die scheide das messer hält. also ups. ich habe nicht mehr das messer in der hand. das liegt boden. das fand ich jetzt natürlich nicht so cool. also klar. ich meine so eine situation. muss man ja mal realistisch sehen. hat man ja selten. also keiner wird auf dem kopf stehen. und dann so ein ruck geben. dass das messer dann runter fällt. aber bei dem ambulo. nicht möglich. das ist eine sache. ich baum dass ich solche messer scheiden nicht so gerne mag. aber jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. und die kirche im dorf lassen. ja. es ist schon stabil genug. es hält schon gut genug. aber es ist halt so ein punkt. so. feuerstahl test. man sieht. zündet wunderbar. man sieht. Das war's für heute. So, sind wir schon am Ende von der Vorstellung von der kurzen, von dem Wolfgangs W1 Messerchen. Würde ich es empfehlen, ja, also ich muss sagen, ich würde es empfehlen für Einsteiger, zum Angeln, Fischen, etc. So als schmales Universalmesser. Wer jetzt richtig hart Buschkraften geht, das Messer an sich, ja, auf jeden Fall. Aber da ist halt die Scheide einfach nichts. Also gefällt mir nicht. Da würde ich vielleicht dann doch eher ein bisschen mehr zahlen und zu dem Ambulo greifen. Das ist halt ein richtiges fettes Buschkraftmesser. Da ist alles dabei, was man braucht. Kann man sich einen Rucksack machen mit dem Tec-Lock-Verschluss da. Kennt man ja. Ist halt einfach ein bisschen mehr dran, als wie mit dem Plastikknuppel hier. Aber das Messer an sich, keine Frage, tut was es soll. Feuerstahl geht, schnitzen kann man auch und Weharholz arbeiten. Verschiedene Gen-Holzspalten und so weiter. Ist auch kein Problem. Habe ich zwar jetzt nicht gezeigt oder gemacht mit dem, aber oft genug mit dem und mit anderen Messern. Und ich habe hier kein richtiges Holz dafür gefunden. Aber ich nehme mal an, das ist kein Thema. Dadurch, dass es eben relativ robust ist mit dem durchgehenden Stahl. So ist es. Freunde, dann danke für die Geduld, dass ihr euch ein Messer-Video angeschaut habt auf meinem Kanal. Und wer es sich kauft, unten ist ein Link drin in der Beschreibung. Könnt ihr euch anschauen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit draußen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Tut žeina die Lehrer im Kanal. Ich zureina die chilled sich agriculture installiert. Und dann much après. Und dann sehen wir beide今日 ein bisschen. Ich mache das Ausgleichsakt für das 88-台 constituere Когда ich kann mit dem Ageschaun. Ich nehme nicht mehr aus。